Moin Moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Große Freiheit TV. Gerade in Zeiten von Corona, da sehen wir ja, dass die Medien sehr einseitig berichten. Kritiker kommen da selten zu Wort. Da hat sogar der Deutschlandfunk gesagt, dass sich da vor allem die öffentlich-rechtlichen Medien da ausgezeichnet haben, dass sie besonders auf Staatslinie sind und die Staatspropagande weitergegeben haben. Insofern halte ich es in diesen Zeiten für sehr wichtig, dass man sich alternativ bildet. Und da kann man natürlich hier und da ein paar Artikel im Internet lesen oder in irgendwelche Videos schauen. Aber natürlich, was ist da immer das Beste? Das Beste ist, sich selbst mal ein paar Bücher zu schnappen und da tiefer zu recherchieren. Insofern möchte ich in diesem Video vier verschiedene Bücher allgemein zu Viren vorstellen, natürlich auch besonders zu Corona. Los geht es mit dem Buch von Gina Colata. Das habe ich hier auf dem Kindle. Also hier geht es um die Mutter aller Viren, um die spanische Grippe 1918. Da haben wir ja gesehen, egal ob es die Vogelgrippe, die Schweinegrippe oder jetzt Corona war, es heißt immer, wir müssen da irgendwie eingreifen, wir müssen da was machen. Es könnte so schlimm werden wie 1918, zur Zeit der spanischen Grippe. Und insofern fand ich es sehr spannend, sich hier mal ein bisschen tiefer mit der spanischen Grippe zu beschäftigen, wie das genau da war. Bevor wir in das Buch tiefer einsteigen, nochmal kurz zur Autorin. Gina Colata, sie ist Mikrobiologin und hat für das Science Magazine und die New York Times geschrieben. Sie lehrte in Princeton und Jail und sie sagt selbst, sie hat im Studium nie groß was über diese spanische Grippe gehört, kam auch sonst nie damit in Kontakt und so kam es, dass sie sich einfach mal dahingesetzt hat und dieses Buch geschrieben hat. Ja und wie der Titel so schön sagt, zeichnet sie in ihrem Buch die Geschichte der spanischen Grippe nach und die Suche nach diesem angeblichen Killer-Virus. Zur spanischen Grippe gibt es auch keine genauen Todeszahlen. Es gab damals oder Zeit noch keinen Test, wie wir denn heute zum Beispiel bei Corona sehen. Deswegen geht man davon aus, dass 20 bis 100 Millionen Menschen weltweit daran gestorben sind. Ja man kennt hier die genauen Zahlen nicht. Man weiß auf jeden Fall, dass an diesem mysteriösen Virus mehr Menschen gestorben sind als an jeder anderen Krankheit in einem ähnlichen Zeitraum. Das Besondere bei dieser spanischen Grippe war, dass es vor allem die jungen und sehr robusten Menschen getroffen hat. Bei der amerikanischen Navy sollen es sogar ganze 40 Prozent gewesen sein. Oder auch in Madrid, da wurden ein Drittel der Bevölkerung krank. Und dieser Mythos, dass es sich da um ein Killer-Virus handelt, das muss man natürlich irgendwie mit Studien belegen. Und dazu führt Gina Colate in ihrem Buch mehrere spannende Studien an. Das erste Experiment wurde in Boston durchgeführt. Da waren es 62 gefangene Matrosen. Denen wurde gesagt, ihr werdet begnadigt, wenn ihr bei diesem Experiment teilnehmt. Heute sind natürlich solche Studien verboten aus ethischen Gründen. Man hatte auch mit diesen Menschen, mit diesen Matrosen, hatte man beste Voraussetzungen, weil 39 von ihnen hatten vorher noch nie eine Grippe. Und da sammelten die Ärzte dann Sekret aus der Nase und Rachen von diesen todkranken Männern, die mit der spanischen Grippe am Sterben waren. Und dieses Sekret hat man dann einigen Testpersonen in die Nase und den Rachen gesprüht oder halt auch in die Augen getropft. Ja und wie es bei diesen Infektionskrankheiten immer heißt, jetzt bei Corona sehen wir auch, dann heißt es ja, haltet bloß schön Abstand. Die Viren werden durch die Tröpfcheninfektion übertragen. Das hat man damals hier getestet in dem Experiment, da haben die Ärzte von den infizierten Leuten, die halb am Sterben waren, von denen hat man Sekret aus den Nasen und aus dem Rachen entnommen. Und hat das bei diesen Freiwilligen oder bei den Gefangenen, hat man dieses Sekret in die Nase und den Rachen reingesprüht und auch in die Augen reingetropft. Man ist auch so weit gegangen, dass man einer Person dann das Blut direkt entnommen hat und das eine Matrosen injiziert hat. Und um dann diese Ansteckung, die Tröpfcheninfektion zu simulieren, hat man dann zehn Matrosen genommen und ist mit denen in ein Lazarett gegangen. Da musste dann jeder insgesamt sich zehn Patienten nähern. Dort musste er den Atem tief einatmen, sich fünf Minuten mit dem Halbtoten unterhalten und zum Schluss mussten sich die Matrosen nochmal ganze fünf Minuten lang ins Gesicht husten lassen. Und was kam dabei raus bei diesem Experiment? Es hat sich keiner von den Matrosen, keiner von den Freiwilligen, okay, von den Freiwilligen Gefangenen, der hat sich da mit der Krippe angesteckt. Ja, ein weiteres vergleichbares Experiment wie dieses in Boston wurde auch in San Francisco durchgeführt. Hier hat man 50 Matrosen genommen, die auf einer Insel, auf einer isolierten Insel in der Bucht von San Francisco da stationiert waren. Das heißt also, sie hatten keine Möglichkeit, irgendwie vorher mit dem Virus in Kontakt zu kommen. Und auch bei diesem Experiment wurde keiner von den Freiwilligen krank. So, und wir sehen hier zwei Experimente, einmal mit 62 Matrosen, einmal mit 50 Matrosen. Keiner von denen wurde krank. Und wenn es doch eine Krankheit ist, die ein Viertel der ganzen Navy betrifft oder in Madrid sogar ein Drittel der ganzen Bevölkerung, dann muss sich doch wenigstens irgendeiner von denen anstecken. Aber wenn er es nicht gemacht hat, dann muss man sich andere Gründe anschauen. Um herauszufinden, wie sich denn der Virus verbreitet, haben die Behörden zu der Zeit dann eine Karte erstellt, wo sie dann genau erfasst haben, wo dann wann die spanische Grippe aufgetreten ist. Dabei schien aber der Virus sich gleichzeitig im ganzen Land zu verbreiten. Das schien so, dass der Virus gleichzeitig überall ausgebrochen ist. Das ging dann halt auch so schnell, dass man gar nicht sagen konnte, dass diese Grippe von irgendwelchen Reisenden oder von irgendwelchen Soldaten, die da im Land unterwegs waren, da verbreitet wurde. Kolata schreibt, dass es auch damals 1789 und 1847 ähnlich war. Vor allem 1789, das war eine Zeit, wo es noch keine Dampfschiffe gab, die eben mit den Atlantik überqueren konnten. Es gab keine Dampfzüge, die die Personen schnell von A nach B oder über längere Stecken transportieren konnten. Insofern, da hat man auch gesehen, die Krankheiten verbreiten sich so schnell, dass es eben wie unmöglich schien, dass sie von Person zu Person übertragen werden. Um jetzt herauszufinden, ob Mikroben wirklich ansteckend sind, hat Robert Koch 1890 seine sogenannten Koschem-Postulate vorgestellt. Demnach muss man halt einfach den Virus erstmal bei dem Wirt, bei der kranken Person, muss man isolieren, reinigen, fotografieren unter einem Mikroskop oder beziehungsweise unter einem Elektrodenmikroskop. Und wenn man diesen Virus dann isoliert hat und ausgemacht hat, dann muss man ihn einen neuen Patienten injizieren. Und wenn der genau die gleichen Symptome bekommt, dann kann man sagen, dieser Virus, dieser Mikroorganismus ist krankmachend. Insofern beschreibt Kolat ja in dem Buch, wie man dann versucht hat, 1918 diesen Killer-Virus zu finden. Aber das war halt zu der Zeit alles ohne Erfolg. Man hat aber auch Jahre und Jahrzehnte danach, hat man dann immer wieder Experimente probiert. Zum Beispiel ist man dann nach Alaska gefahren, wo man dann im Permafrost Tote ausgegraben hat, wo man dann wusste, die liegen seit Jahrzehnten im Permafrost, deren Körper sind gefroren. Da wird man wahrscheinlich dann irgendwelche Viren finden, wenn es welche gibt. Aber man hat es da auch nirgendwo geschafft, irgendwelche Viren nach den Koschernpostulaten zu isolieren. Ja, ansonsten zeichnet Kolat ja in dem Buch auch noch die Geschichte der Vogel- und Schweinegrippe nach. Sie ist natürlich als Mikrobiologin, ist sie immer auf einen Virus fixiert. Und sie versucht halt immer, irgendwie ein Virus auswendig zu machen. Sie geht davon aus, dass diese Virustheorie stimmt. Und insofern werden bei ihr auch keine anderen Ursachen in Betracht gezogen. Ich muss auch sagen, das Buch war für mich relativ langatmig geschrieben. Teilweise auch etwas Reißeres. Insofern, ich kann es nicht ganz empfehlen. Jeder, der sagt, okay, ich will da super tief einsteigen, für den ist das vielleicht was. Ansonsten, ja, nicht unbedingt empfehlenswert, das Buch. Was aber viel empfehlenswerter ist, ist dieses Buch von Thorsten Engelbrecht und Klaus Köhnlein. Ihr seht, ich habe auch ganz viel hier markiert, ganz viel Post-its reingemacht. Die beiden gehen da viel tiefer und schauen sich auch andere Ursachen an. Wir wollen uns aber erst mal die Autoren ein bisschen genauer anschauen. Thorsten Engelbrecht ist freier Journalist und hat da für die Süddeutsche Zeitung, für die NZZ, für den Freitag geschrieben. Er war fest bei der Financial Times Deutschland angestellt. Klaus Köhnlein ist ein Internist aus Kiel. Den kennt der ein oder andere vielleicht schon aus Interviews, die er zum Beispiel mit Russia Today gegeben hat. Er hat in seiner Praxis in Kiel, behandelt er immer Aids-Patienten, die der antiviralen Therapie kritisch gegenüberstanden. Und ja, diese Aids-Patienten waren auch für ihn der Auslöser, dieses Buch zu schreiben. Er hat selbst in einem Interview gesagt, dass er einen Krebspatienten hatte, der dann zu einem Aids-Patienten umdefiniert wurde, nur weil der HIV-Test dann positiv war. Insofern ist auch in dem Buch der Aids-Teil so der größte und der Hauptteil. Dadurch ist er dann halt sehr tief in dieses Thema, in diese ganze Viren-Theorie eingestiegen und hat dann mit Thorsten Engelbrecht 2006 dieses Buch geschrieben, was mittlerweile schon in der 9. Auflage vorliegt. Ja, die beiden fassen auch hier die Ergebnisse von Colata schön zusammen. Also, wenn ihr euch das Buch kauft, müsst ihr euch auch nicht Colata unbedingt antun. Sie gehen aber noch einen Schritt weiter und sagen, dass ein Blick in die Geschichtsbücher und Statistiken zeigt, dass es immer zu solchen kam, wenn das Immunsystem der Menschen geschwächt war, weil es irgendwie an Essen oder an sauberem Trinkwasser mangelte. Und für sie kamen zur Zeit der Spanischen Grippe oder für sie kommen zu der Zeit der Spanischen Grippe auch andere zahlreiche Ursachen in Betracht, wie zum Beispiel psychischer Stress durch zum Beispiel Kriegsängste. 1918 war ja auch zu Ende des Ersten Weltkrieges. Sie sagen, Überbehandlung mit chemischen Präparaten kann da das Problem gewesen sein, dadurch, dass sie das Immunsystem schwer beeinträchtigen können. Zu der Zeit gab es auch keine wirksamen Antibiotika. Und was auch ein großer Punkt ist, sind Impfungen. Zu der Zeit sollen weltweit große Impfkampagnen gefahren worden sein. Bei der Armee war das auch ein ganz großes Thema. Wir sehen ja auch jetzt, dass wenn die Corona-Impfung im Gespräch ist, dass die Armeen zuerst geimpft werden sollen. Zur Zeit der Spanischen Grippe waren es bis zu 24 Impfungen pro Person. Und hier ist spannend zu sehen, dass die Spanische Grippe genau die Merkmale hatte, wie die Krankheiten, gegen die die Menschen da geimpft wurden. Bei der Spanischen Grippe hier sehen wir, dass die beiden Autoren diese Mainstream-Viren-These sehr kritisch sehen. Also heute gibt es ja die monokausale Theorie, dass Viren die Menschen krank machen. Wenn man aber sich die Geschichte der Medizin anschaut, dann geht das schon bis auf die alten Griechen zurück. Da vor allem auf Hippokrates, wo Krankheiten da als ein ganzheitliches Phänomen galten. Man hat dann halt auch gesagt, man steckt sich nicht an, sondern man schlittert in eine Krankheit rein. Insofern, Krankheiten sind immer eine Sache des Lebensstils da gewesen. Das hat sich dann aber seit Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts hat sich das geändert. Seitdem gilt das, was wir auch heute immer wieder hören. Man steckt sich mit Corona an. Man hat sich mit der Spanischen Grippe damals angesteckt. Man steckt sich mit HIV an. Diese monokausale Herangehensweise, wo es dann eine Krankheit, eine Ursache und dann auch dafür eine Wunderpille oder eine Impfung gibt, die geht vor allem auf Robert Koch und auf Louis Pasteur zurück. Beiden wurde auch übrigens nachgewiesen, dass sie bei ihren Forschungen ein bisschen geschummelt haben. Das wird da auch ausführlich ausgeführt in dem Buch. Man hat dann einfach in der Medizin die Theorie von den Bakterien auf die Viren übertragen. Bakterien konnten damals auch relativ einfach unter Lichtmikroskopen beobachtet werden. Man konnte da nachweisen, dass Bakterien sich übertragen, dass Bakterien auch krank machen sind. Mit Viren war das aber nicht möglich, weil Viren sind viel kleiner als Bakterien. Das war dann erst theoretisch ab 1931 möglich, wo dann die sogenannten Elektronenmikroskope eingeführt worden sind, wo man dann theoretisch diese Viren auch unter dem Elektronenmikroskop beobachten konnte oder einfach fotografieren konnte. Im 19. Jahrhundert gab es auch so den Kampf zwischen Claude Bernard und Louis Pasteur. Bernard war ein Vertreter der Milieutheorie, Pasteur der Infektionstheorie und Pasteur soll dann an seinem Sterbebett noch gesagt haben, Bernard hat recht, die Mikrobe ist nichts, der Nährboden ist alles. Pasteur muss man auch sagen, der ist zu dieser Zeit, zu seiner Lebzeit ja eine ziemliche Legende gewesen, war eigentlich unantastbar. So hat ein Arzt zum Beispiel acht Jahre vor dem Tod von Pasteur geschrieben. In Frankreich kann man ein Anarchist, ein Kommunist oder ein Nihilist sein, aber kein Antipasteurianer. Letztendlich ging es in der Virologie, ja letztendlich ging es da damals darum, was war zuerst da, war zuerst die Schädigung des Organismus da und dann kamen die Viren und Bakterien. Insofern, dass die Viren und Bakterien einfach nur ein Symptom sind und dann als Ursache hergehalten werden oder waren diese Mikroben zuerst da, die dann zu den Schädigungen geführt haben. Und wie gerade schon bei der Spanischen Grippe beschrieben, man muss das nachweisen, dass dann Viren oder Bakterien krankmachend sind. Das macht man entweder, indem man solche Experimente wie damals zur Spanischen Grippe durchführt, das ist aber heute ethisch ja nicht mehr erlaubt. Insofern muss man die Koschem-Postulate anwenden, da wird auch genau ausgeführt, wie dann viele renommierte Wissenschaftler immer wieder sagen, dass diese Koschem-Postulate eingehalten werden müssen, dass es sehr wichtig ist, dass man die Viren isoliert. Heute sehen wir aber überall, dass es keine direkten Viren-Nachweise gibt, man bedient sich zum Beispiel jetzt bei Corona einem indirekten Nachweis, dem PCR-Test oder bei HIV sehen wir vor allem, dass es da einen Antikörper-Test gibt, aber man weiß nie so genau, wo denn diese indirekten Tests drauf geeicht sind. Wie gesagt, um dieser Test irgendwie auf ein Virus zu eichen, muss man diesen Virus erstmal isolieren können. Man muss nachweisen, dass dieser Test halt auch genau auf dem Virus anspricht. Ansonsten, man kann ja, wenn man die Leute auf Corona testet, man hat dann auf jeden Fall eine Korrelation, dass alle Leute, die vielleicht auch Symptome haben, einen positiven Corona-Test haben. Aber diese Korrelation ist ja nicht unbedingt eine Kausalität. Insofern muss man nachweisen, muss man kausal nachweisen, dass diese Viren, die man dann nachweist, tatsächlich krank machen sind. Da gab es dann 2001 auch einen Appell von 14 Top-Virologen, welcher der alten Rege an die jungen Forscherkollegen. Die haben dann geschrieben, die modernen Methoden zum Virusnachweis wie PCR sagen nichts darüber aus, wie sich ein Virus vermehrt, welches Tier diesen Virus trägt und wie es Leute krank macht. Es ist so, als wolle man durch einen Blick auf die Fingerabdrücke einer Person feststellen, ob sie Mundgeruch hat. Wir sehen also, heute verlässt man sich sehr auf indirekte Nachweise. Die Viren-Nachweise, die werden meistens nicht erbracht, die werden sehr unsauber geführt. Und das wird auch gerade hier kritisiert. Wie kam es dazu? Diese Verstreifung auf die Viren-Theorie hat dazu geführt, dass man einfach dogmatisch davon ausging, damals auch, dass Krebs durch Viren verursacht werden. In den späten 60er Jahren erreichte die virale Krebswissenschaft einen quasi religiösen Status. Die These hieß da, wie gesagt, Viren führen zu Krebs. Man konnte aber nicht unter dem Elektronenmikroskop irgendwelche Viren nachweisen, die da krank gemacht haben. Man hat aber trotzdem immer weiter an diesem Dogma festgehalten. Man hat gesagt, okay, wenn wir diese Viren nicht nachweisen können, dann sind die zwar da, aber die Mikroskope oder irgendwas sind schuld. Man kam dann mit irgendwelchen Pseudo-Argumenten und hat halt einfach noch sehr lange weiter an dieser Theorie festgehalten. Bis dann 1981 das Thema Aids aufkam, wo man dann ein paar Homosexuelle gefunden hatte, denen man dann den Aids-Stempel aufgedrückt hat. So schwenkten dann praktisch über Nacht die ganzen Krebsforscher zu Aids um. Kerry Mullis, der den PCR-Test entwickelt hat, dafür auch einen Nobelpreis bekommen hat, der hat da gesagt, dass die alten Krebsvirusjäger einfach neue Schilder an ihre Tür geschraubt haben und ab dann über Nacht zu Aids geforscht haben. Einer der bekanntesten Krebsforscher, der dann zu Aids umgeschwenkt hat, ist Robert Gallo. Der gilt ja neben Montagnier als Entdecker von HIV und dadurch hat er auch einen ziemlichen Weltruhm erlangt. Bei HIV ist es genauso wieder wie bei Krebs. Man versteift sich auf diese Viren-Theorie. Es gibt keinen Nachweis darüber, dass HIV zu Aids führt. Das sagt sogar Kerry Mullis, der Erfinder des PCR-Tests. Die Kostenpostulate sind nirgendwo erfüllt. Man bedient sich bei HIV den sogenannten Surrogatmarker, also Ersatzmethoden, mit denen man dann angeblich indirekt HIV nachweisen soll. Das sind ja vor allem, wie die meisten wohl wissen, Antikörpertests. Aber was diese Antikörper genau machen, warum sie da sind, ob sie tatsächlich auf das HIV-Virus anspringen, das weiß keiner so genau. Aber man stellt es auch wie jetzt Corona dar, man stellt es so dar, als wäre man sich ganz sicher, als wäre das ganz, ganz schlimm. Aber dabei ist es, wenn man sich das genauer anschaut, alles nicht ganz so klar, wie es dargestellt wird. In dem Buch wird dann schön nachgezeichnet, wie die Medien die Aids-Seuche prophezeit haben. Es wird nachgezeichnet, was es da für Ungereimtheiten gibt. Wie gesagt, mit den Koschenpostulaten, mit den Antikörpertests, mit den antiviralen oder antiretroviralen Mitteln. Wie ungenau die Tests sind, wie man mit den Abweichern umgeht, wie sie ausgegrenzt und angegriffen werden, wie die Aids-Medikamente, wie zum Beispiel vor allem AZT dazu geführt haben, dass unzählige Patienten starben oder die heutigen antiretroviralen Mittel, da starke Nebenwirkungen haben. Zu dem Thema Aids gibt es auch einen spannenden Film namens House of Numbers. Wer da kein ganzes Buch lesen will, der kann da auch einfach mal in diesem Film reinschauen. Wir sehen also, bei HIV hat man sich auf diese Viren-Theorie, die vor allem durch Robert Koch und Louis Pasteur geprägt worden sind. Man hat sich darauf fokussiert. Man hat aber bis heute keinen wirklichen Nachweis liefern können, dass HIV zu Aids führt. Und diese Versteifung auf die Viren-Theorie, das sehen wir auch bei den Masern, bei der Schweine- und Vogelgrippe, bei Hepatitis C und nun ganz aktuell bei Corona. Das wird dann auch alles sehr schön in diesem Buch hier nachgezeichnet, wie die Wissenschaft da eigentlich sich vieles überhaupt nicht erklären kann. Viele Studien da nicht wirklich so die Aussagekraft haben, wie sie behaupten. Mir hat das Buch insofern auch sehr gut gefallen, dass es hunderte von Quellen hat, die da zum weiteren Nachforschen anregen. Ihr seht, ich habe hier ganz viele Post-its oben drin gemacht. Oben heißt, da wollte ich dann nochmal genau in die Quelle reingehen. Ja, man mag jetzt vielleicht meinen, die Leute, die diese Viren-Theorie angreifen, die das kritisch sehen, die sind alle nicht renommiert. Wenn man aber mal in das Vorwort reinschaut, genau genommen gibt es zwei Vorworte oder auch auf der Rückseite, auf dem Buchrücken, da gibt es mehrere Stimmen von teilweise sehr renommierten Wissenschaftlern, die den Thesen in diesem Buch zustimmen. So hat zum Beispiel das erste Vorwort Etienne Dehaven geschrieben. Der war Professor für Pathologie an der Universität Toronto und gilt als einer der Pioniere in der Virenforschung. Und dieser hochrenommierte Wissenschaftler schreibt in dem Vorwort, dass es keine Virus-Epidemien gibt, sondern nur Epidemien des Angstmachens. Verantwortlich dafür sind vor allem dann die Medien und die Pharmaindustrie. So schreibt er dann, wissenschaftliche Hypothesen, die aus diesen Feldern der Virusforschung stammen, fußen praktisch nie auf Fakten, die durch Kontrollstudien gesichert und letztendlich beweisbar sind. Vielmehr ist es so, dass die aufgestellten Thesen einfach durch einen Konsensus, also durch eine Übereinkunft der mächtigen Akteure in diesem wissenschaftlichen Milliardenspiel etabliert werden. Dieser Konsensus wird dann schnellstens zu einem Dogma, das vor allem durch die Medien in quasi religiöser Weise immer und immer wieder transportiert und schließlich verewigt wird. Dabei wird auch sichergestellt, dass nur Forschungsprojekte unterstützt und finanziert werden, die das Dogma unterstützen, während Studien, die alternative Hypothesen untermauern können, konsequent ausgeschlossen werden. Dies geschieht, so Dehaven, durch Zensur auf verschiedenen Ebenen. Ja, hier sehen wir das, was ich auch schon in anderen Videos gesagt habe, dass wir auf diesem Feld der Viren genau das sehen, was wir auch beim Klimawandel sehen. Es wird da ein angeblicher Konsens herbeigeschrieben, die Medien wiederholen es immer wieder, so geht das dann als Wahrheit ein. Die Kritiker werden alle mundtot gemacht, es findet Zensur ohne Ende statt, schaut euch dazu auch mal Climategate an. Insgesamt kann ich dieses Buch sehr empfehlen, das hat mir sehr gut gefallen, ich fand es super spannend, das durchzulesen. Wie gesagt, ihr seht es auch an den ganzen Post-its, die ich da reingemacht habe. Vor allem ist es empfehlenswert für jemanden, der da kritisch reinschauen will, der für Kritik da an diesen Mainstream-Theorien offen ist. Ich denke mal, jemand, der Mainstream-hörig ist, da sich noch nicht groß auch mit alternativen Informationen beschäftigt hat, dem wird dieses Buch zu Anfang nur abschrecken. Insofern, man muss schon ein bisschen die rote Pille genommen haben, um für sowas offen zu sein. Leider gibt es das Buch auch nicht elektronischer Form. Ich habe zum Beispiel einen Freund, der gerade in Südausasien feststeckt, dem hätte ich das gerne mal zukommen lassen. Aber das ist nicht möglich, das ist dann halt nur in Buchform möglich. Ansonsten, hier gibt es auch noch mal ein schönes Interview mit Klaus Köhnlein, wo er ja sehr grob das nochmal alles zusammenfasst, was er hier in seinem Buch da wiedergegeben hat. So, dann haben wir als drittes Buch Corona-Fehl-Alarm, Fragezeichen von Carina Reis und Sucharit Bhakti. Sucharit Bhakti, den mag der eine oder andere wahrscheinlich schon von Interviews kennen. Der ist ja Mikrobiologe und Infektionsepidemiologe und hat 22 Jahre an der Universität Mainz, hat er Mikrobiologen und Virologen ausgebildet. Ja und Carina Reis ist seine Ehefrau, die ist seit über 15 Jahren an der Universität in Kiel und beschäftigt sich da seit über 15 Jahren mit den Gebieten Biochemie, Infektionen, Zellbiologie und Medizin. Ja und wenn man sich den Hintergrund der beiden Autoren anschaut, dann ist es natürlich auch kein Wunder, dass sie an der Virentheorie festhalten. Da gibt es, wie gesagt, nach meiner Meinung nach wenig wissenschaftliche Belege für, dass diese Virentheorie auch tatsächlich Hand und Fuß hat. Aber das macht das Buch eigentlich auch sehr empfehlenswert für jeden, der Mainstream-höhig ist, der immer noch Corona-gläubig ist. Wir werden auf jeden Fall auf 150 Seiten sehr schön kompakt alle wichtigen Hintergründe, Zahlen und Daten zu Corona zusammengefasst. Und ich denke mal, jeder, der das Buch da liest und jetzt noch Corona-gläubig ist, der wird dann an diesem Corona-Killer-Virus dann Zweifel bekommen. Ich fand es gut und spannend, das Buch zu lesen. Vor allem, was mir auch gut gefallen hat, es gibt immer wieder eine Prise Humor, so schreibt er zum Beispiel über Tansania. Wir wissen ja, dass der Präsident da sehr Corona-kritisch war, dass er dann einfach mal auch Ziegen, Papayas und Motoröl auf Corona getestet hat. Die Tests waren dann positiv und dann schreiben die in ihrem Buch, wären die Ziegen und Papayas in Deutschland positiv getestet worden, hätte das Robert-Koch-Institut wahrscheinlich empfohlen, in Zukunft 1,5 Meter Abstand zu allen Ziegeln zu halten und nie wieder Papayas zu essen, zu hohes Infektionsrisiko. Also auf jeden Fall sehr zu empfehlen, für mich so ein Standardwerk für jeden, der noch an Corona glaubt oder mal ein bisschen genauer hinschauen will. Ich finde es ja auch immer ganz wichtig, dass man, wenn man mit Corona-Gläubigen spricht, dass man dann gute Argumente hat in den Zeiten, wo die Medien dann nur einseitig aufklären, sollte jeder zum Experten werden. Und da ist dieses Buch auf jeden Fall ein gutes Standardwerk. Als zweites Buch möchte ich das Buch von Gerald Buchwald vorstellen, das heißt Impfen, das Geschäft mit der Angst. Natürlich bei Viren ist natürlich halt immer ein Virus, der krank macht und eine Lösung, die dann die Menschen von dieser Krankheit befreit oder schützt. Das ist dann halt in dem Fall jetzt von Corona oder bei Masern ist es dann die Impfung, die uns alle schützen soll. Buchwald gilt eigentlich so als die Bibel für die Impfgegner. Dabei ist er gar kein Impfgegner per se. So schreibt er zum Beispiel über Polio. Da haben wir ja die Schluckimpfung. Und würden da die Eltern auf diese Impfung bestehen, würde er ihnen trotz der vielen Bedenken nicht davon abraten. Ansonsten, dieses Buch ist eigentlich so ein gutes Nachschlagerwerk, wo man dann bei Pocken, Pocken, Tuberkulose, Keuchhusen, Diphtherie, Tetanus, Masern und so weiter nachschauen kann hier im Schäden. Er glaubt zwar halt auch an die Virentheorie, aber trotzdem findet er da viele Widersprüche, was das Thema Impfen angeht. Ja, was Buchwald in seinem Buch besonders oft immer ausführt, sind Grafiken mit dem Sterbeverlauf von den einzelnen Krankheiten. Ich habe hier mal exemplarisch Sterbefälle an Masern genommen. Quelle ist ja auch immer ganz sauber. Das Statistische Bundesamt in Wiesbaden. Und jetzt sehen wir ja bei, vor allem bei Masern heißt es dann ja immer, die Impfungen haben Masern fast ausgerottet. Die Impfungen waren da der große Heilsbringer. Aber wenn man sich hier diese Grafik anschaut, dann sieht man, dass die Masern-Tote eigentlich sehr stark zurückgegangen sind, bevor die Impfeinführung war. Insofern, man kann davon ausgehen, dass auch ohne Impfung die Masern-Toten heute auf einem ähnlichen Niveau wären wie mit der Impfung. Insofern, die Korrelation, die immer dargestellt wird, Impfungen haben die Masern-Toten nach unten gedrückt. Die ist eigentlich mit dieser Grafik schnell zu widerlegen. Ja, genau das, was Buchwald hier in seinem Buch ausführt, das haben wir jetzt auch von einer Studie der CDC oder von CDC-Wissenschaftlern bestätigt. Die sagen, dass die Mortalität durch Infektionskrankheiten in den Vereinigten Staaten bereits um 90 Prozent zurückgegangen war, bevor Impfstoffe verfügbar waren. Insofern, Buchwald, wie gesagt, so ein klassisches Nachschlagewerk, was mir hier nicht ganz so gut gefällt. Er zitiert halt immer nur im Text. Es ist nicht so wie bei Engelbrecht und Köhnlein, dass da sehr viele Quellen verlinkt sind, wo man weiter recherchieren kann. Aber ich habe hier stichprobenartig ein paar Quellen überprüft. Ihr wisst, mit der Quellenkritik mache ich das immer ganz genau. Und diese Quellen, die er anführt, die sind auf jeden Fall hand- und stichfest. Insofern, dieses Buch, jeder, der sich mit dem Thema Impfen ein bisschen genauer auseinandersetzen will, den kann ich das Buch empfehlen. Das war es von mir mit der kleinen Buchauslese zu dem Thema Viren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt noch gerne in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Habt ihr euch schon mal mit diesen Viren-Theorien auseinandergesetzt? Oder habt ihr vielleicht eines von diesen vorgestellten Büchern gelesen? Ansonsten, vielleicht gibt es noch andere Bücher, die mir entgangen sind, die so zu den Klassikern der Viren-Theorie gehören. Unter dem Video findet ihr wie immer die ganzen Bücher nochmal alle verlinkt. Auch alles mit Amazon-Links. Wenn ihr darüber bestellt, dann könnt ihr mich und meine Arbeit hier unterstützen. Insofern, vielen Dank fürs Anschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.